Mein Name ist Martin Körner. Ich bin Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stuttgarter Rathaus. Ich wohne in Stuttgart-Gablenberg zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter. Wir haben das große Glück gehabt, vor zehn Jahren hier eine richtig schöne und bezahlbare Mietwohnung zu finden, bei sehr fairen Vermieterinnen. Und ich kann von hier aus mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, zum Rathaus. Ich bin in zehn Minuten da und das ist in Stuttgart, in dieser Stadt, die ja vom Verkehr sehr geplagt ist, ein großes Glück. Wir fühlen uns hier richtig wohl. Ja, Stuttgart ist unsere Heimat. Wir sind hier im Quartier auch noch mal viel mehr angekommen, gerade auch durch unsere Tochter, weil man da einfach noch mal ganz viele andere Familien mit Kindern kennenlernt. Die Nachbarschaft noch mal ganz anders erlebt. Hier um die Ecke ist ein Spielplatz, wo wir uns viel aufhalten. Heimat auch deshalb, weil ich in fünf Minuten in meinem Quartier die alltäglichen Dinge erledigen kann. Wir konnten meine Tochter in fünf Minuten zum Kindergarten bringen. Sie geht jetzt in fünf Minuten zur Grundschule. Wir haben es hier fünf Minuten auch zur Haltestelle. Und das ist etwas, was glaube ich für Stuttgart eine gute Vision ist, für alle Stadtteile so etwas zu schaffen. Eine fünf Minuten Stadt. Das bringt unheimlich viel Lebensqualität, das vermeidet Verkehr und schafft Heimat.